So, ich möchte euch heute mal die Produktfamilie von KW vorstellen und zwar für den Golf GTI, den 7er, weil da gibt es eine Menge an Produkte von KW und wir fangen mal mit dem Flaggschiff an quasi, und zwar Clubsport-Gewindefahrwerk, das ist für die Performancefahrer und diejenigen, die so ein bisschen mehr Trackday orientiert sind, das ist irgendwie eigentlich ein kompromissloses, sage ich mal, beziehungsweise mehr für den Track als für den Eisdielen Ausflug gedacht. Ja, und zwar haben wir nämlich hier eine Hauptfeder und eine Vorspannfeder, hier haben wir eine Sturzverstellung. So, natürlich, wie ihr es gewohnt seid, haben wir hier einmal die Zugstufe, die ihr dementsprechend verändern kannst und die Druckstufe, die sogar in Low-Speed und High-Speed, klar. Und man muss ja irgendwie zum Track kommen, ja, deswegen auch mit TÜV-Gutachten, weil so Trailermäßig kann ja nicht jeder. Und dann bist du quasi gewappnet für die Rennstrecke. Ja, ich würde sagen, das ist mal ein guter Start für den GTI. So, jetzt haben wir hier mein Liebling, ja, innovativ, ganz groß hier, weil du kannst elektronisch deine Kennlinien verändern. Was für Kennlinien? Letztendlich, wie hart dein Dämpfer reagiert. Ja, so sieht das aus. So, jetzt fragt euch, also ich habe jetzt ein DCC, serienmäßig bei VW, wenn ich den tiefer lege, dann verliere ich ja quasi den Original-Taster halt, den Verstellen-Mechanismus. Ne, tut er nicht, weil hier könnt ihr tiefer legen und es ist ein Plug-and-Play-System und dann könnt ihr trotzdem in dem Taster noch benutzen. Im Display steht weiterhin Komfort oder Sport, da tut sich nichts. Das geht bei anderen nicht. Bei anderen Herstellern. Nicht für den Kostüm-GTI. So, jetzt haben wir aber den Fall, ach, ich habe aber ein dimensionelles Fahrwerk. Was mache ich denn jetzt? Auch kein Problem, weil dann schicken wir dir das schöne Apparätchen mit Steuergerät, mit aller Elektronik, was du brauchst und dann kannst du auch machen. Und jetzt kommt der Clou, sehr innovativ. Dann kannst du die ganzen Kennlinien und quasi die Härte des Dämpfers mit dem iPhone einfach so bedienen. Nicht mehr irgendwie ausbauen, Rad ausbauen, dann mit dem Rädchen irgendwas verstellen. Alles per iPhone. Ja, und da ich jetzt auch so mein iPhone in der Hand habe, mache ich es öfter mal. Mein Schätzchen, vielleicht auch bald für euch. So, jetzt kommen wir zum Klassiker. Wer kennt nicht Variante 1 bis 3? Ich habe jetzt die Variante 1 hier und die hat halt maximale Tieferlegung, technisch sinnvoll, also es soll ja nicht nur tief sein, sondern es soll auch fahren, bis zu 55 mm. So ein GTI ist von Hause schon mal etwas tiefer, dementsprechend ist das völlig ausreichend und was hat es? Gutachten hat es und ist aus Edelstahl. Ja, alle Varianten sind aus Edelstahl jetzt. Da gibt nichts mehr. Anderes? Wer will auch was anderes? Jetzt haben wir noch mal die Fahrer, die so ein bisschen mehr auf Performance stehen bzw. sich ein bisschen mehr auskennen damit. Da haben wir nämlich auch die Zugstufe. Rädchen drin, hier kann sich die Zugstufe verändern. Variante 2, auch aus Edelstahl. Und hier können wir einfach verstellen, ich sage es mal so, ihr kennt ja bestimmt mal diese Dehnungsfugen bei den Drücken oder diese Betonplatten. Und da möchten wir einfach mit verhindern, dass es sich aufschwenkt, quasi das Heck. Und dann können wir die Zugstufe verstellen, etwas erhöhen. Die Zugstufe ist ja schon ein Zug nach unten quasi, draußen nach unten ziehen und dann schwenkt es auch nicht mehr auf. Das ist eine Sicherheitsfrage, weil so ein Schwenkness-Hack ist immer ein bisschen doof. Jetzt haben wir noch einen draufgelegt. Variante 3, auch 55 mm Tieferlegung, Edelstahl. Und dann haben wir den Kollegen noch. Druckstufe. Und die können wir sogar unabhängig voneinander verstellen. Wofür ist die Druckstufe? Ich will es mal so erklären. Wir fahren in eine Kurve. Dann geht die erste Bewegung, Lenkbewegung, quasi in die Karosse und es kommt zum Teil das Aufschwenken. Das wollen wir verhindern. Deswegen machen wir die Druckstufe etwas höher. Und dann ist es halt etwas, der Weg der Kurvenstange, der wird einfach ein bisschen schwieriger. Mehr Widerstand ist da und dementsprechend habe ich ein direktes Einlenken. Ja, weil dementsprechend hobelt sich nicht mehr auf. Ja, auch 55 mm verstellbar, im TÜV-relevanten Bereich und technisch sinnvoll. So, meine Lieben, hier haben wir quasi einen Eheretter. Wie soll man das verstehen? Es gibt ja immer so zwei Seiten bei einer Ehe. Der Fadi möchte tief und möchte gut aussehen mit dem Auto. Mutti möchte sie eigentlich mehr komfortabel haben, weil das Kind fährt doch hinten mit. Ja, da haben wir nämlich hier Street-Komfort. Ja, die Feder lässt mehr Komfort zu, aber der Tiefgang ist etwas eingeschränkt, 20 mm weniger. Aber soll ja nicht das Problem sein, weil man möchte ja komfortabel fahren. Das Kind soll ja nicht so ein Schüttel-Shake kriegen. Und von daher fährt das echt wirklich harmonisch. Anderer Vorteil ist, ein weiterer Vorteil ist, wir haben immer noch die Zugverstellung hier. Wie Variante 2. Und im Großen und Ganzen ist da echt so ein Kompromiss zwischen, ja, das das GTI-Fahrwerk ist doch zu hart, aber Federn ist auch nicht das wahre. Hinten hängt der Arsch so ein bisschen. Damit können wir alles beheben. Ja, das ist so ein Allrounder. Also, eigentlich für jeden Fall etwas, ne. So, und was haben wir jetzt gesehen? KW hat wirklich für jeden Typ von GTI-Fahrer genau das richtige Produkt. Ja, die machen nicht nur mal eine 0815-Variante, die machen sich Gedanken damit. Und dann sagen sie, ja, warte mal, der eine möchte ein bisschen mehr Komfort, der andere möchte Performance. Alles dabei. Also, wenn ihr noch Fragen habt, geht einfach mal zum Händler. Vom KD-Händler natürlich. Oder auf die Seite gucken. Oder mich fragen. Ciao.